Wir haben die Denkmale schon. Kreuzkirche Wittekindsberg, Klosterkirche. Familiengrab? Grundmahl aus dem 10. Jahrhundert, entdeckt 1996. Hier sind wir auf dem Moltgeturm. Was sehen wir hier unten? Viele Baggerseen. Da hinten gucken wir nach Bad Oeynhausen. So, bisschen hier rum. Können wir noch ein super Land gucken. Hier und hier sind alles Bäume. Bäume, Bäume, Bäume. Und hier gucken wir ein bisschen nach Minden. Und das ist alles, was man hier sehen kann. Wäre schön, wenn man das mal abschneiden könnte. So, gehen wir wieder runter. In der Beschreibung war, dass es besonders dunkel hier sei. Aber es fällt genug Licht durch die Fenster. Da ist schon wieder ein Licht. Sieht ja romantisch aus. Und da leuchtet schon das nächste Licht. Nun ist aber heute auch besonders viel Sonne. Oh, hier sieht man den Moltgeturm. Ist auch aus Porta Sandstein gebaut. Also hier hinten ein bisschen weiter ist der Steinbruch. Und hier unten sind auch alle Steine. Aber ich muss mal gucken, ob das auch Sandstein ist. Das sieht mir eher nach Kalkstein aus. Wenn wir hier gucken. Das ist Kalkstein. Auch mit einer Menge Eisen. Das haben sie leider zugemacht. Hier sind diese ganzen Felsen. Die sehen wir gleich noch. Was? Luppi, komm wir gehen hierher. Achso, ich wollte jetzt hier gehen. Ach, das war eine Grillhütte. Komm es noch nicht. Gefährlicher Hund, ne? Der geht mit mir. Ich weiß es nicht. Und der hört sogar, wenn ich ihn rufe. Nach Bad Einehausen, guck mal. Wie schön die Weser. So. Hier sehen wir die Wittekindsburg. Das war altes Burggelände. Und darauf hat man dieses hier gebaut. Gucken, ob noch alte Links da sind. Fundamente und sowas. Das kann man noch sehen. Die sind schon noch untererdig. So, jetzt nehmen wir den Weg wieder zurück zum Denkmal. Und wo war der? Da hinten, ne? So, das ist der Fahrweg von unten. Und hier an den Weg sind wir gekommen. Und hier an den Weg sind wir gekommen. Also zum Denkmal. Und diesen Weg nehmen wir jetzt unterhalb der Klippen. Das ist Lebensgefahr. So, ein romantischer Pattweg hier. Der Buchfing singt etwas anders als bei uns. Guck mal. Oh, das ist noch ein kleiner, der noch lernt. Guck mal hier. Ist ja klasse. Haben wir ein bisschen befestigt. Haben sie es hier. Wow. Ich bin trittfest, Birgit. Guck mal, wie schön. Ist ja klasse. Urricht. Urricht. Ist ja viel schöner als der Weg da oben. Nee, das können sie nur mit dem Hubschrauber. Was? Das können sie nur mit dem Hubschrauber. Oder mit Seilbinden. Da sind die Baggerseen. Oh, hier sind die Felsen, siehste. Romantisch, Snoopy. Ganz romantisch. Das ist allerdings jetzt Sandstein. Hm? Das ist jetzt Sandstein. Moos. Ich glaube, Moos, ne? Kalkstein moost ja nicht so gern. Klasse, ne? Kannste wo ist richtig? Oh, das ist man. Was soll? Das war Stefano. DefinEL4, E14. Ich glaube, es ist kein Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020